hey Willkommen zurück zu The World's End With You zur nächsten ja Fortsetzung des zweiten tages der zweiten woche ja jetzt mal wieder nicht so weit gekommen da habe ich mir erhofft wir haben nur eine sache übrig gelassen weil ich das nicht hingekriegt habe das machen wir jetzt versuchen es zumindest erstmal gibt es natürlich die pps von zwei tagen können die stunden jede menge und ja wir sind hier bevor das mal in der woanders gucken was war das ja genau den wollten wir angreifen diese schweinchen wo sie reinkommen immer wieder gucken was hier los ist ja genau ich glaube die fans können auf den chance haben das hinzukriegen könnte jetzt eine kurze folge werden eventuell ja hier mal vielleicht haben wir mit die fans weg aber die fans weg noch hoch bringen oder noch stärker werden oder so ganz nicht so haben wir mal so und das soll ich mit dem ja genau ja ich krieg sie hin ich bin immer noch zu schwach wo wir leider mal festhalten deswegen müssen wir ja ja den da rausnehmen und müsste ein bisschen hoch bringen erstmal nehmen wir mal machen wir mal so und er geht ja ja der wird sich nicht weiterentwickeln aber die müssen sowieso hoch gebracht werden damit sie sie weiterentwickeln dann müssen wir haben wir noch irgendwas zu essen hier haben wir hier noch attack will increase by 3 das nehmen wir auf jeden fall ich bringe mir auch noch ein bisschen was zusätzlich deswegen gehen wir mal das so und können jetzt hier mal ein bisschen kämpfen müssen wir halt mal wieder durch so ist mir leid so ist das Spielnummer ach muss ich mal hier mal nach hinten ach nur zwei naja gut besser als keinen war nicht so gut hier ist die palaver die die So. Er weg. Ja. Ja, so. Okay, das war schnell, ich wusste. Das war schnell, ich wusste. Das war schnell, ich wusste. Ah ja, sehr gut. Ja, machen wir das mal. Wir müssen jetzt leider noch mal durch durch die ganze Kämpfe 3 hier. Ist halt so. Weil wir sonst die einen Speicher nicht kriegen. Mauer. So. Oh ja. Das geht doch. Ich nehme was schnell erledigt. Ich bin wieder Pipis. Jawoll. Jetzt können wir mal die Pins mal hier runter setzen. Bei 14 war ich mal die 20. Ich nehme mal die Hälfte. Das ist eine gute Idee, das weiß ich nicht. Aber, naja. So. Ah, ein 3 reicht auch. Okay. Okay. Oh. Oh. This is nothing. Oh. 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 Dad? We have to move nie mehr? Ja. Das Jobs euch nicht mehr. Wie soll doch. Jaztop! Ketop! Okay. Diese mit ini dienen. Mandeln. Da. Kann ich einmal an dele? Oh, das ist jetzt gut. Komm her. Oh ist weg Ja, so gehts natürlich auch So gehts natürlich auch, war aber nicht wirklich gut, aber egal Was kümmert mich das, ob es gut oder schlecht ist Wir müssen ja ein paar PP-Punkte sammeln, so siehts aus Ja Ja Weg 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 Okay, wo ja Es gibt noch hier Ja Er ist weg So, der ist auch weg Okay Haben wir jetzt hier erhalten dafür Oh, das war richtig schlecht We're on the internet In the internet Jaaaa, ich weiß, ich weiß, ich weiß, es war richtig schlecht Aber im Endeffekt Aber ich mir doch egal, wie das nicht schlecht ist Wenn es nicht schlecht ist Ja Ich mir doch schnupp auf das nicht schlecht war Ich will Pins, aber ich brauche PP, was ich sag, nicht Pins Was willst du denn? Was willst du denn? Den haben wir niedergehauen Würde ich mal so sagen Den haben wir jetzt niedergehauen Dieses Vieh So Okay Okay Der Raubwerk Kann ich auch nicht mehr nehmen? Muss ich auch passen? Ha Beat 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 Huh? Huh? Das ist Keine Ahnung Huh? Das ist Battle dip Beat it up I got this Huh? Das ist Na also geh doch Geh doch Warum ist das schwer? Ja Ja Das geht richtig Aber wieder recht schlecht Aber egal Ah Aber nicht viel pipis gesammelt Nur mal so festhalten Aber wir haben uns eine weitere Stufe erreicht Von den Defense Buicks Stufe 2 von 3 Der kann noch nicht mehr weiter Der ist auch maximal Der bringe ich auch noch ganz hoch Tatsächlich Und Gehen wir mal Ich wollte so mal gucken wie das aussieht mit meinem Essen Ja So Okay Ja Gehen wir mal das riesig Komm mal rein und gucken was passiert So So Okay Ich los So Ir Das ist sarà Ich kann Jetzt Ich kenne Nein iterations Wir sind Keine Ich will Ich kann So, der ist auch weg, gut. Okay, das war wieder eine schlechte Zeit. Aber egal, die Pins sind ja nicht dafür da, dass man die hier mit der Bestzeit zu erreichen, sondern damit die das wirklich hochkriegen, irgendwie. Ich mache den 3 nebenbei auch. Okay. Okay. Oh, das war knapp. Ja. So, dann haben wir gewusst. Das Tanglehold hin. Ja. Ja, dann haben wir gewusst. Ja. 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 Komm schon. Meine Güte. Das war nicht so gut. Das war wirklich nicht so gut, muss man mal sagen. Aber wir können ein bisschen... Ja. Wir können jetzt mal ein bisschen... Nächste Angriff zurückholen. So. Okay. 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 Das ging zu mir schnell. Den haben wir eine gute Gesicht. Nichts. So, zur Letzte, ne? Ja. Oh. Ja. 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 Das war ganz toll. Alle auf einmal jetzt. Okay, das war nicht so gut. Hey. So. Aha. Wie sieht das mit den Pins aus? Da nehmen wir noch immer noch viele... Nehmen wir noch sehr viele Shutdown Pipis. Wobei dem ist das ja egal. Ja, kriegt ihr jetzt hier nicht. Das war ja nicht so gut. Na ja, egal. Ich hätte mit dem klarkommen. So. Ja. Beide erwischt. Alle erwischt auf einmal, sagen wir mal so. Na ja. Der ist hochgekommen, aber leider der falsche. Gibt's hier eigentlich nichts anderes? Keine Ahnung, keine Ahnung, Viecher. So. Dann müssen wir wirklich mal mit dem Kämpfen her. Weg, ich muss weg her, weg, weg, weg. So. 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 So, ja. So. 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 doch aber der bisch watch yourself oh oh ja 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 Oh, komm! So, komm her! So, komm her! Ich kann ja nicht angreifen! Held mir grad auf! Höh! Held mir auch grad auf, ja! Meine Wute, was soll das denn? Was war das denn für ein Mist? So! Weg! Weeg! Mann! Meine Güte! Kann mich nicht mehr ausgewichten, rechtzeitig? Der weg! So! Oh Mann! Ich spiel momentan wieder richtig schlecht hier! So! Oh Mann! Oh Mann! Da ist noch einer! Okay! Haben wir ja Mist! Gut war's nicht, aber egal! Okay! Haben wir das denn weggefuttert jetzt? Hallo? Was anderes zu essen? Ich glaub nicht, ne? Nein, haben wir nicht! Wir haben ja noch mal so! Attack plus... 16! Ja, wir haben ja mal den! Nur der eine ist besser als keinen! Ich will irgendwie nur mich hochbringen hier, den du gerade nicht finden! Das ist gut wie Gott. Mein Kind. Das ist nichts. Okay. Das ist nichts. See ya. Das ist nichts. Das ist nichts. Oh, ja. Good work, Mein Kind. Nein. Ich hätte dich erwisst. Also. Andere noch. Du blöde Vieh, komm her. Ich brauch so lange, weil ich drauf warte. Also. Also. Geht doch. Geht doch. Das war richtig schlecht. Man, ich will den noch hoch bringen. Das ist eigentlich noch die kleine Stufe. Gehen wir nochmal wieder zurück. Ja nochmal, komm mal. Vierer Kette. Ja. 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 actually. Ja. Ja. So, das war der Erste. So. Nein, lass es. Lass es, aah! Ja, komm schon. Bitte nicht. Der haut mich auch. Der haut mich hier auch, verdammt. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. So. Ja. Ah, ich wollte... Ich wollte ausweichen! Nein! Mann, was mache ich hier eigentlich für den Mist, hm? Ich bin hier richtig scheiße. So. Warte Ah, dann sollten wir einfach mal aufladen. Also, ein bisschen Lebensenergie wieder zurückholen. Ja? Ja, so nicht. Ja, so nicht. Ja, so nicht. Ja, so nicht. Das war halt erwischt. Okay. Gut war es nicht, aber egal. Na ja, Gang 10, hm? Ja, der eine ist hochgekommen. Das reicht jetzt aber dann noch erstmal damit. Was das angeht. Können wir den mal wieder... äh... zurücksetzen. Mal gucken, welche waren das jetzt hier? Welcher war das? Von den beiden? Ich hab mir jetzt zwei hier mit, äh... ...Defense Buerk. Ich hab mir zwei von denen. Ich hab mir zwei von denen. Ich hab mir zwei von denen. Was, der selbe? Na? Echt? Das was bringt, keine Ahnung. Aber wir können doch mal probieren. Kann ja nur einen nutzen, naja. Schade. Aber... Mit allen Wassern müssen wir jetzt waschen werden hier. Ja, geh weg. Dankeschön. Ach, hab ich da zwei... Ach, hab ich da 20 gemacht. Ach, ach, ach. Don't make this worse for yourself. Ich sag mal nicht. Ich krieg den immer noch nicht. Verdammter Mist. Wie, wie seid ihr denn noch zurückschludern? Irgendwann mit Kugeln, kann ich irgendwann mit Kugeln machen? Kann doch nicht wahr sein hier. Ja. Haben wir nicht nett... Lovely Beam haben bestimmt irgendwo mal weiterentwickelt, oder? Lovely Beam? Haben wir bestimmt? Irgendwo noch als Weiterentwicklung. Lovely Beam, ja, ist fertig, ja. Hm. Ja, kein Obdachs wirklich was bringt. Seinmal eingestellt. Aber... Ihr müsst halt einfach mal probieren. Ihr müsst das doch irgendwie kriegen können, dieses Vieh. Kann man nicht wahr sein. So. Kann man nicht möglich sein, von denen die kriegen können, dieses Vieh. Kann man nicht möglich sein, von denen die kriegen können, dieses Vieh. Kann man nicht möglich sein, von denen die kriegen, ey. Boah. Boah. Äh, Tön, das gibt mir eh nicht. Äh, geht nicht. Ihr kriegt das Ding nicht. Was muss ich denn noch machen? Um dieses Teil zu kriegen. Ah. Also habt ihr jetzt so viele von dem Mist hier. Ich hab jetzt so viele von dem Zeug. Ich... Kann ein bisschen eine Kasse mal auffüllen. Jaaa. Jaaa, das ist ja nicht so super momentan. Aber nicht weiterkommt. Wir können dann die Pinsen hier auslösen. Meine Güte. Wie kann ich den noch denn? Wie kann ich den noch stärker machen? Das frei ich mich grad ein bisschen. Weil ich den noch besser hinklingen könnte. Ja, die Angriffe. Wie kann ich die noch verbessern? In der IndNA als auch, wie viele feine kvantieren. Dann bringt mir auch nichts. Was? Dann trinchnitt euch auch nichts. Oh Gott. So, wie haben wir denn hier? Weil kann man nicht die Einzelne auswählen. Die in den innen ja nicht gemacht worden sind. So. Da bin ich ein bisschen Geld. was wir immer wieder gebrauchen könnten, für später, aber ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. So. Attack Crack. Ja. Bring mir nichts. Bring mir das vielleicht was. Ja, hab keinen Plan. Wie ich. Wie ich dafür sorgen kann, dass ich noch mehr Schaden veranschen mache. Noch mehr Schaden brauche ich. Wie mache ich das? Hm. 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 Ich hab noch mal eine Marinonne und eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich hab ich keine Ahnung. Ich muss vielleicht noch viel viel mehr leveln und der Angriff muss noch viel viel besser werden. Oder anders genau betrachtet. Ja. Ja. Ja, das war ja auch nichts. Warum war ich jetzt auch schwächer? Hab keine Ahnung. Ich kann unten nichts machen. Ich bin nicht stark genug dafür. Ja. Was machen wir? Funktioniert nicht? Nehmen wir den? Es muss ja nicht möglich sein dieses Ding zu kriegen irgendwie. Ja. Irgendwie. Kann ich da mehrere Defense Packs machen? Ich glaube nicht. Hier glaube ich nicht. Mehrere Defense Packs hier glaube ich nicht. Ne. Wäre auch zu schön gewesen. Na. Ich will das auch mal. Aber ich glaube das funktioniert nicht. So. Have fun, Neku. Ich krieg in die Abgelderung ab. So. Mehr geht nicht. Wie viel Schaden muss ich da machen? Wie viel Schaden roll ich dafür? Ich bin zu schwach. Ich bin immer noch zu schwach dafür um den zu kriegen. Also. Bevor ich mir was noch kaufe. Und er muss immer schauen ob ich überhaupt was nehmen könnte noch. Um. Wir haben noch Platz für. Dieben? E. Mehr. Ein bisschen mehr. Ah. Invenido. Okay. Was haben wir hier. Attack. Increased by two. Fiebzehn bytes. Acht bytes. Ah. Der Besitz haben wir auch nicht mehr. Ne. Wir müssen jetzt den nehmen. Aber ob das. Der eine Unterschied macht. Kümse Chili. Wann mach das? Der hätte mal Scheusmeet gebrauchen können. Aber leider. Weiß ich nicht genau wie ich den Sieg kriegen soll. Okay. Nehmen wir mal noch ein. Das muss doch irgendwie möglich sein. Kann man nicht sagen. Kann man nicht wahrnehmen, dass wir hier nichts drauf reinkriegen. Das ist doch langsam lächerlich. Seid ehrlich. So. Oh. Oh. Hmm. Ich will nicht mehr. Oh Gott, das ist jetzt mal wohin. da geht doch irgendwie klappt das nicht so ganz wie mir das hier vorstelle muss ich mal so sagen ich werde irgendwas noch kaufen wo man von mir mal eine andere fehligkeit erhöht wird ja wirklich hätte auch mal noch eine möglichkeit zu probieren dass wir da noch was anderes verkaufen müssen eine andere ausrüstung den waffen noch weiter erhöht das wäre natürlich auch noch eine möglichkeit ich mache zu gucken ob wir irgendwas kriegen aber sonst die andere verbessert anders geht das natürlich nicht hin das ist 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 also geht doch so ich werde ich probiere es nochmal gleich ich bin nicht schnell gehen ich war zu lang gut Das ist nichts. Ich habe es. Das ist nichts. Ich habe es. Ich habe es. Du bist weg. Das ist nichts. Ja. Alles gut. Ich kann nur die Pins in den Hohen bringen. Aber was ich hier machen will, ist das nicht. Ja. Ja. Das ist nichts. Das ist gut. Das war gut. Du bist okay? Es ist weg! Das ist nichts! Ja, ja! Just die! Ich habe das! Ja, das ist nichts! Ich habe das! Ja? Das ist nichts! Hey! Geh weg! Komm schon! Komm schon! Danke! Ja, wir haben den nächsten Level erreicht. Das bringt dir auch nicht wirklich viel, ne? So! Okay! Lass uns mal gucken, ob wir hier irgendwie... Irgendwie ein Zeug finden so ein besser macht. Ja! Wie sieht es eigentlich aus mit dem Angriff? Wie sieht es eigentlich aus? Die brauchen wir noch? Zwei oder drei Runde? So! 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 Nehmen wir mal die beiden! Das muss irgendwie möglich gehen! Sie hören gerade dieses Schweinchen, das zerwischen! Oh. Oh. Was ist denn so? Er wollte nicht mehr viel. Er wollte nicht mehr viel. Um, 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 um. Ja, das ist voll einfach. Ah, wir sind dann noch nicht mehr. Das ist voll einfach. Ah, ich habe noch nicht mehr euer Müll. Oh. Ah. Und dann noch nicht mehr. Ah. Hehehe, this is nothing. This is enough. This is enough. Is he dead? Ja, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr, ne? So, haben wir den Hotdog auch gegessen. Aber hilft uns das jetzt wirklich weiter? Das ist jetzt die große Frage, die sich mir stellt. Bringt er das wirklich weiter nach vorne? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, mal hier mal hin, mal hin. So, dann können wir nichts leisten von und hier. Ja, will ich auch mal gerne haben, aber hab kein Darkwetter. Das ist alles so teuer. Ja. Wer soll sich das denn leisten können? Wir tun das nicht. So, kann ich hier irgendwas mit machen? Wer will das irgendwie noch? Aber wir können ja auch nicht mehr machen, ne? Der HP würde damit steigen. Der HP würde nur steigen, das bringt nicht so viel. Ähm... Das wäre... Ja, das wäre interessant gewesen, ne? Viperdrink. Aber... Die müssen wir hier haben, aber wir hätten den auch gar nicht. Wir haben nichts mehr. Wir haben jetzt... Ja... Wir können die kaufen, weil wir... Pleiter sind. Wir haben jetzt noch vier Deck-Slots. Das ist auch nicht mehr, um was zu essen. Ja... Haben wir hier irgendwas interessantes? Ja... Ja... Attack-Plus-One. Das macht unser Attack viel besser. Das macht nichts... Wir müssen ein bisschen gucken, ja. Ja... Das ist ja auch ne Möglichkeit. Das wird unser Attack auch noch mal verbessern. Attack-Plus-4. Wenn Shiki das macht, ist klar. Das wäre besser. Immer alle Register ziehen, ne? Dass irgendwas bringt. Irgendwas. Äh... Da haben wir nun... Attack-Plus-One. Das bringt nichts. Da haben wir den Schuhen. Defense. Das ist ja auch Defense. Ja... Ja, da gibt es auch nicht so viel. Wirklich viel kann man da nicht machen, ne? Ich will irgendwie noch was Besseres zu finden, irgendwie. Was uns irgendwie erlaubt, uns da jacker zu werden. Ich kann hier irgendwas machen. Attack-Plus-One. Das reicht nicht. Plus Two-Rein auch nicht. Drei. Ah... Das ist alles ziemlich schwach. Das reicht alles nicht. Ja, das wäre sowieso alles für ein Natural-Puppy. Wir wollen die Oblix für uns, glaube ich. Aber egal. Ah, Mosey-T-Watt. Green Warm-Ups. Was... Los, was die machen. Was machen die denn? Max and Light. Pack. Travel more quickly. Aha. Den haben wir schon mal. Ähm... Attack-Plus-One. Attack-Plus-One. Die haben wir alles schon, ne? Die haben wir alles schon. Die bringen uns nicht mehr weiter. Attack-Plus-Two. Mausi bringt uns auch nicht wirklich weiter. Thank you. Ja, ich bin mir... Ich bin mir ein bisschen befragt, muss ich echt nur sagen. Ähm... Strongheart, was macht das? So. Ähm... Attack-Plus-Two. Ah, Attack-Plus-Two war auch ne Möglichkeit. Und zwar kann man nämlich nicht. Ähm... Müssen wir jetzt mal gucken. Was ist das? Was macht denn unser... Unser... Unser Top. Und unsere Accessoires? 3 und 2. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie besser wird. Irgendwie. Wir müssen es irgendwie bessern. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ähm... Attack-Plus-Turn, das ist natürlich viel besser. Gut wäre als Defense-One, Attack-Plus-Five. Ja, dann bringt das nicht wirklich was, ne? Dann bringt das nicht wirklich was hier zu kaufen. Es ist zwar... Die können wir vielleicht noch was bringen. Und mehr kaufen wollen sie noch. Aber ansonsten zwar... Ich kann hier nicht mehr rausholen. Wie es aussieht. Das ist ziemlich schlecht. Muss ich mal so sagen, ne? Das ist keine gute Sache. Uns geht's nicht gut. Was das angeht. So. Es ist was. So. Ja. Wir können jetzt nur mal so noch mal probieren. Aber ich glaube mehr ist da nicht zu holen. Wenn da muss... Das muss jetzt reichen irgendwie. Das muss irgendwie reichen. So. Nehme ich mal... Spitzbeck habe ich schon. Ja. Nehme ich jetzt mal diese Pins nochmal. Und versuch's nochmal. Das muss ja irgendwie möglich sein, ne? Das muss ja eigentlich funktionieren. Aber... So. 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 Und deswegen spreche ich nochmal ab. Und. Ja. Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen. Denkt niemals an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit. Ja. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.